Die deutsche Schlagerszene ist bekannt für ihre Vielfalt und die zahlreichen talentierten Künstler, die sie hervorbringt. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung abgezeichnet. Kerstin Ott, die mit ihrem Hit »Die immer lacht« die Charts eroberte, hat sich als wahre Größe im Schlagergenre etabliert und sogar Schlagerlegenden wie Helene Fischer und Roland Kaiser übertroffen. Der Durchbruch mit »Die immer lacht«, »Die immer lacht« war der erste große Hit von Kerstin Ott und bescherte der Sängerin den Durchbruch. Ursprünglich wurde der Song bereits im Jahr 2006 aufgenommen, doch erst in der Version gemeinsam mit Stereoakt wurde er zum Riesenerfolg. Mit ihrer einzigartigen Stimme und dem eingängigen Sound eroberte Kerstin Ott die Herzen der Schlagerfans im Sturm. Kerstin Ott, ein YouTube-Phänomen Was den Erfolg von »Die immer lacht« noch beeindruckender macht, ist die immense Popularität des dazugehörigen Videos auf YouTube. Mit unglaublichen 212 Millionen Aufrufen hat Kerstin Ott nicht nur ihre Konkurrenten hinter sich gelassen, sondern auch Schlagerikonen wie Roland Kaiser Und Maite Kelly übertroffen. Ihr Hit »Warum hast du nicht Nein gesagt« konnte zwar ebenfalls beeindruckende 154 Millionen Aufrufe verzeichnen, blieb jedoch hinter Kerstin Ott's Erfolg zurück. Auch Helene Fischer kommt mit »Atemlos« lediglich auf 105 Millionen Aufrufe bei YouTube. Kerstin Ott im Rampenlicht Der Erfolg von »Die immer lacht« hat Kerstin Ott ins Rampenlicht der deutschen Schlagerszene katapultiert. Sie ist zu einer begehrten Künstlerin geworden und tritt regelmäßig auf großen Bühnen und bei renommierten Events auf. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer außergewöhnlichen Stimme begeistert sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Ein Blick in die Zukunft. Kerstin Ott hat bewiesen, dass sie das Potenzial hat, noch viele weitere Hits zu landen und die Schlagerwelt weiterhin zu begeistern. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus eingängigen Melodien, authentischen Texten Und ihrer mitreißenden Performance hat sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die gespannt auf ihre zukünftigen Projekte wartet. Mit »Die immer lacht« hat Kerstin Ott nicht nur einen Megahit gelandet, sondern auch gezeigt, dass sie es mit den ganz Großen des Schlagers aufnehmen kann. Mit über 212 Millionen Aufrufen auf YouTube hat sie sogar Schlagergrößen wie Helene Fischer und Roland Kaiser übertroffen. Wir dürfen gespannt sein, welche Erfolge Kerstin Ott in Zukunft noch feiern wird und wie sie die Schlagerwelt weiterhin mit ihrer einzigartigen Musik bereichern wird. »Kerstin Ott.« »Kerstin Ott.« »Kerstin Ott.« »Kerstin Ott.« »Kerstin Ott.« »Kerstin Ott.«